Am Mittwoch um 8.46 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg war ein Kleintransporter mit hoher Geschwindigkeit vom Überholstreifen immer weiter nach rechts auf den rechten Fahrstreifen abgekommen und dort unter den Auflieger eines Lkw gekracht. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Holscher Holzbrücke, wenige hundert Meter östlich der A1-Abfahrt Wildeshausen-Nord. Warum der Fahrer des Transporters immer weiter nach rechts kam, sei bislang nicht geklärt, sagte Matthias Büssing, Dienstschichtleiter der Autobahnpolizei Aalhorn. Beide Insassen des Transporters mit Borkener Kennzeichen seien in dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Fast eine Stunde habe die alarmierte Feuerwehr aus Wildeshausen gebraucht, um sie zu befreien. Sowohl der Beifahrer, ein 49-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen, und der Fahrer, dessen Personalien zunächst noch nicht ermittelt waren, erlitten schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Für den 49-Jährigen wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert, beide Insassen wurden dann aber nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Fahrer des Lkw, ein 40-Jähriger aus der Ukraine, blieb unverletzt. Wegen des Unfalls wurde die Autobahn Richtungsfahrbahn Hamburg ab der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord gesperrt. Sowohl der Transporter als auch der Sattelzug mussten abgeschleppt werden, sodass die Autobahn erst am späten Vormittag wieder befahrbar war. Den entstandenen Sachschaden schätzte Büssing auf etwa 25.000 Euro. Die Feuerwehr Wildeshausen war mit 19 Freiwilligen vor Ort, die Polizei mit acht Beamten. Die Feuerwehr Wildeshausen-Nord des Lkw. Die Feuerwehr Wildeshausen-Nord des Lkw. Untertitelung des ZDF, 2020